Und es geht weiter bei Let's Play Fables. Wir sind in der Gilde, wir holen uns jetzt die neuen Questkarten, hoffentlich wird was cooles dabei sein. Und ja, schauen wir mal, äh, Gildemeister, reden wir mal. Ich habe gehört, dass ein paar Händler Hilfe brauchen. Nehmt die Questkarte und macht euch schlau. Gerne doch, äh, kriegen wir die Questkarte? Hat er uns hier gegeben? Äh, ich glaube, hat er zu uns gegeben. Ah ne, wir müssen ja da holen, ach, ich will noch mal echt ein Fable. Äh, was kommt hier? Ähm, Stärke, kann man überhaupt was upgraden? Oh, wir können echt was upgraden. Nein, nicht rausgehen. Stärke, Körperbau würde ich gerne verändern, damit wir jetzt... Körperbau ermöglicht euch, mehr Schaden im Nahkampf zuzufügen und schwerere Waffen zu tragen. Genau, deswegen könnte ich... Ach, komm, ich gehe mal raus, echt. Zauberkraft erhöht eure Kapazität, Mana zu speichern. Das wäre auch geil, körperlich zu... Ah, ich wollte was kaufen, da fällt mir mal ein, äh, Leben hallen, das, was ich habe. Fahrungskosten, zwei Tonnen, oh, das können wir uns sogar leisten, das kaufen wir, Leben hallen. Yes, jetzt sind wir zwar fast arme, aber egal. Körmliche Schild, Bräu, nee, 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 ähm, Umgebungszumpe, ich auch keine. Fertigkeiten, Tempo, Zielgenauigkeit, List. Nee, dann tun wir uns noch eins ab, Körperbau, Körperbau, nee, Körperbau oder Gesundheit, äh, ja, machen wir eins ab, Körperbau. Kaufen! Und noch eins ab, können wir noch was kaufen? Ja, wir können uns noch was kaufen, episch. Und ihr könnt, ey, wie viel, wie viel haben wir denn hier Punkte bekommen? Gesundheit, äh, Fertigkeit, wir müssen uns hier noch was kaufen. List, Tempo. Tempo macht euch sowohl im Distanz, als auch im Nahkampf schneller. Echt, Mann, wie reich sind wir denn? Ganz ehrlich. Okay, äh, halten Sie die Umstandtaste links, um eure Zauberer zu weh, zauberniert. Sechs, bla, 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 bla. Habe ich nicht gelesen, äh, hätte ich vielleicht tun sollen. Ha, oh, so, und jetzt, und jetzt, und jetzt, das ist geil. Oh, aber, ey, wie viel Mana das kostet, zahlen. Schaut euch mal das an, warte. Er sieht freundlich aus. Echt, Mann, das ist ja übertrieben teuer. Egal, kann man nicht machen. Ähm, Händler-Scote, Hopp-Höhle, die Bekanntheitstufe ist noch nicht zu hoch. Oh, äh, befreit die Opfer von den Hopps, Händler-Scote, eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grappeltum. Ähm, Quest immer neben, Quest hat und Großtat immer neben im Hotel, was ist das? Eskortiert die Händler, ähm, nein, das ist eine Großtat. Das ist eine Großstadt. Oh, warum drückt sie auf drauf, wenn ich nicht weiß, was das ist? Ja, Händler-Scote, ey. Cool, die jubeln mich an. Ach so, kein Schutz. Äh, Quest-Händler macht den Quest. Nuck-Händ. Nuck-Händ. Das ist Nuck-Händ für ein Wort. Nehm keinen Schaden. Bei diesen Quest müssen alle Händler überleben. Kein Schutz. Was für ein Held er ist. Boah. Äh, ja, machen wir auf. Ich muss nur alle Hände überleben, machen wir auch. Ja, okay, äh, was jetzt? Boah, nett. Okay, ey, was ist jetzt los? Okay, äh, dann machen wir uns nackend, wie diese Schindsagen. Kleidung, keine Hose, tragen. Hände, keine Hände, anschauen, tragen. Oberkörper, keine Hände, tragen. Gewänder, keine Hose, tragen. Beine, keine Hose, tragen. Oh, jetzt haben wir sexy. Keine Stiefel, tragen. Und ich speichere aber jetzt lieber, bevor ich wirklich hier alles verkackt habe. Oh, ich speichere hier. Und schreiben. Oh, das ist schon wieder voll gleich gespeichert. Ja, sexy. Wow. So kreuzen sich unsere Wege. Yes, boah. Okay, aber unsere Waffen dafür haben wir. Ohne, die könnte es irgendwie schwer werden. Okay, äh, nice. Hey, Mann. Blahn war mir nicht ein Kacke. Hey, ich haße sie. Hey, hier muss man lang. Okay. Hände beschützen. Mach mal. Great wood eingreifen. Oh, das wird schwer, schätze ich mal. Okay, äh. Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Sind das schon Feinde? Nee, das sind keine Feinde, oder? Oh, je. What the hell? Nein! Okay, ich hab Schaden genommen, super. Äh, ach, kack doch, kaum hat Schaden genommen. Die Challenge werde ich nicht mehr. Das ist nicht so! What the hell, leg mal verarschen mich hier! Pisser! Komm, schlag mich! Bäm, bäm, bäm! Wieder ein übler Kerl weniger. Oh, das ist falsch, okay. Ihr seid jetzt nicht genug, das Ausdrucksmittel Entschuldigung zu belassen. Du, Pisser! Pisser! Ja, zeig es ihnen! Ha, ha, ha! Scheiße, scheiße, scheiße! Monster skarabiert! Monster skarabiert! Monster skarabiert! Ja, zeig es ihnen! Bäm! Bäm! Wundervolle Geist! Bäm! Bäm! Geh doch, Stern! Geh doch! Welche Finesse! Cooles Turm! Welche Finesse! Ja, ich bin super schön, ich weiß. Oh, ja! Bäm! Wow! Möchtet ihr vielleicht fassen? Den Bauern wurde Zeugs geflaut. Komisches Zeugs! Alles weg! Äh, gut! Ja, gut! Weiter geht's! Seid ihr noch welche? Ähm, Zauber, die tu ich lieber anlegen. Ich seh keine mehr! Ach egal, wir gehen uns hier einfach weiter. Oh! Oh! Immer sagen wirklich H culturei! Hier seid also Hühner! Was? Ihr seid... Ja, wir sind den Hühnerschreck! Lang mal nicht! Ey, man! Da tippt man 2-3 mal Hühnchen und dann ist man gleich für alle der Hühnerschreck! Ok, äh, weiter geht's. Lauf, 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 unser nackter Held hier. Oh, fuck. What the? Silber! Uh, eine Kiste. Hier kommt die auch mal. Ach so, das ist einer von den Silberkissen. Einen Silberschuss haben wir. Und, äh, für die brauchen wir fünf. Muss man lange üben? Hier ist ziemlich mulmig dabei. Ähm. Äh, brenne. So hinten will auch jemanden. Brenne, äh, äh. Was heißt Brenne? Nein! Was ist das? Ich bin so schlecht. Ähm. Hilfe! Bam, bam, bam. Eppig Skiller. Hallo? Gut. Dann... Laufen wir weiter. Ah, da sind wieder die Kackskarabinen. Die machen mir voll Angst. Bam, bam. Bam, 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 bam! Ey, stirb doch! WTF, was geht mit denen ab? Dann muss er wohl tot sein. Ist doch prima. Ja, ist prima. Es geht mit denen ab, die haben voll viel Leben. Ja, zeig das ihnen. Es zeigt ihnen schon, keine Sorge. Okay, dass wir keinen Schaden haben wir jetzt schon verkackt. Heimunds mal. Aber das kostet voll viel Mahler, das ist wahr scheiße. Egal, wir machen das, das alle hinterbeleben, das ist das wichtigste. Äh, ich frage mich eigentlich, wenn wir diese Großaufnahme jetzt nicht schaffen, ob das irgendwie schlimm ist. Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Dann würde ich mal sagen, speichern wir nochmal kurz. Äh, Speicherstand 2 glaube ich war's, hoffe ich zumindestens. Weltwerk gespeichert, bla bla. Ach die töten wir uns, das ist ja langweilig. Ich hoffe ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber bringen uns zum Speichern. Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Ja. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen rüber. 400 Gold deine Mutter. Gebt die Talerchen her und wir lassen... Hm. Hm, ich glaube ich zahl's lieber, weil ganz ehrlich, schaut euch wie viele das sind. Warte, ich versuch... Ach scheiß drauf. Ich warte. Ich warte. Ob ich mal jetzt eh die Katchett hier? Jetzt reicht. Reiß dem die Arme aus. Okay. Okay. Versucht euren Kampf mit den Taler noch nirrt. Ja, bam, bam. Okay. Läuft schon mal gut. Nein, ich will den Punkt haben. Oh, epic geschehen. What the hell? Schill mal. Oh. Oh, fuck. Da sind ja noch episch viele. Oh, ich hab gedacht, das wären hier jetzt schon alle. Super natürlich. So, bam. So, bam. Ey, warum steht sie nicht? Der ist nicht zufrieden. Das macht noch nichts. Bäm. 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 Und der steht bitte auch noch. Bäm. Epic Skellero. Würde ich mal schon wieder sagen. Wahrscheinlich. Vollball verschwindet. Äh. Oh, ich hasse es, wenn Leute in Steaman eingehen. Oh, sie vergessen, in Steaman abzumelden. Okay. Ähm. Gut. Packen wir unser Messer wieder raus. Ähm. Hier sind da noch viele. Okay. Gut. Ich speichere jetzt nochmal hier. Machen wir noch einen neuen Speicherstand. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, um das Lager hier auszuründen, wird es noch reichen. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt. Okay, da ist schon mal einer. Ah. Spannern. Spannern, hab ich gesagt. Ah, ich hab gesagt, Spannern. Nein! Gut, das hat sie nicht gestört. Natürlich hat sie gestört. Macht euch weiter. Danke, echt was? What the fuck, was bist du? Dieser Wunde ist nicht zum Spaß. Was bist du? Äh, der sieht mir irgendwie etwas stärker aus. Finde ich cool von dir, dass du ihn einfach da stehen lässt. Was bist du denn für einer? Oh, okay, komm nicht mehr. Macht euch weiter. Mach euch besser. Bist du tot? Oh, jetzt ist epic! Äh, du bist ja an mir vorbeizum, will ich. Finde ich gut von dir. Aber eigentlich kannst du mich gegen nicht kämpfen. was bist du denn für einer? äh, ja cool, die laufen alle schon von mir weg die laufen echt von mir weg warum habe ich das Gefühl, dass das irgendwas schlechtes heißt? Wahrscheinlich rufen sie jetzt so ihren Monster-Boss-Nummer warum leuchten die ich immer so wieder? ach so, um sie nochmal englisch zu töten cool, bringt sie ja egal, äh, wir haben die Räume hier ausgelöscht, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht Leben generieren ok, schauen wir mal, hat die Räume immer noch Kliste? oooooh, Kiste nice Flammverstärkung äh, Waffenverstärkung können an manchen Waffen angebracht werden, um diese Schilder wählt dazu eine Verstärkung Waffen an der Tarsum und Verstärkung Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden jede Waffe hat eine begünstigte Anzahl von Plätzen Verstärkung fuck, ok ich hätte jetzt einfach unsere Waffe, aber wir werden uns wahrscheinlich eine neue Waffe mal kaufen auch aufmachen schön und 500 Gold, oooooh echt geil hat sich gelohnt, würde ich mal sagen und speichern wir nochmal ja, ich weiß, ich speichere oft aber ich hatte es den Spielen zu sterben und dann irgendwie 20 Stunden nochmal off-screen alles zu machen äh, ok gut, ähm äh, gibt's noch irgendwas schönes ach, ich muss die ganze Zeit hinfragen ich wette die Erreiber hat geholt ich wette es egal, so schön ist es schon ich bin jetzt in der nächsten Satz und zack, zerfleischen Stahlspitzhammer, FTV FTV ähm Heldstatus Heldstatus was na, kanns was was was, du bist so geschwächer so zu machen das ist ein Kocke ne, doch nicht äh, ok und ich würde sagen, wenn man das ein Cut und sieht, muss dann das nächste Ball Bye und Mr. Sexy und Bad Lads by Faze Ciao